Mach mal so und jetzt drehe ich ein bisschen lauter und ihr werdet lauter, noch lauter, noch lauter. Und wieder leise, schnell leise. Kann es sein, dass ihr die lautesten Kinder des Universums seid? Berlinchen eben, ne? Berlinchen einfach. Kann es auch sein, dass ihr die frechsten Kinder des Universums seid? Glaube ich euch sogar.